Hallo. Ausrufen. Grundform. Wir machen Ex-1 und Ausrufen. Kommen Sie. Nach der Beine. Und nach der Beine. Dann. Zweite Stufe. Ich tue jetzt. Das Osterkant. Dann probiere ich noch. Hier. Einleitung. So. Dann haben wir schon mal vier. Dann haben wir gesehen. Der Butterfly. Dann haben wir den Doppelskotsch. Dann haben wir mit schweißen Klotzungen. Dann haben wir den Doppelskotsch. Dann haben wir die Sachen noch innen. Und jetzt eben noch mit dem Gurtsystem drauf. Das wäre. Und die Hand runter. Der Ballgurt. So. Dann. Und dann mit dem Finger. Der ist ganz heiss, oder? Zau-Finger-Gestell. So. Wenn der Finger schwindlig ist. Aha. Funktioniert. Dann. Dann.